Wolltest du schon immer mal einem Gott begegnen? Im neuesten Manga aus dem Alt-Rubbers Verlag After God ist dies tatsächlich möglich. Das einzige Problem dabei ist, du wirst diese Begegnung nicht überleben, aber einen glücklichen Tod sterben. So heißt es zumindest. Vor etwa 30 Jahren im Ozean vor Japan ist der erste sogenannte Gott erschienen. Er hat sich in Japan niedergelassen und dieses Gebiet wurde zu einer Gefahrenzone erklärt, die mit einem Zaun abgegrenzt ist. Man sollte diesen Zaun nicht überschreiten, denn man könnte diesem Gott begegnen und sobald man diesen in die Augen sieht, stirbt man einen Tod, aber einen glücklichen. Denn diese Götter sollen wunderschön sein, sogar noch schöner als Supermodels, das berichten zumindest die Überlebenden. Und deswegen haben sich auch viele entschlossen in den Freitod zu gehen, die Gefahrenzone zu betreten, den Gott zu begegnen und dabei ihr Leben zu lassen. Das ist natürlich ein Problem für die Gesellschaft in Japan und ein noch viel größeres Problem ist, dass in den letzten 30 Jahren noch weitere Götter erschienen sind und somit natürlich noch mehr Gefahrenzonen entstanden sind. Und scheinbar lassen die sich nur in Japan nieder. Wir konzentrieren uns auf die Gefahrenzone in Tokio, denn dort steht am Zaun ein junges Mädchen namens Waka. Wir sehen weiterhin einen Forscher, der sich so ein bisschen der Erforschung der Götter angenommen hat und in seinem Forschungslabor mit seinen Kollegen sogar versucht, Waffen gegen die Götter zu entwickeln. Denn natürlich hat die ganze Welt versucht, gegen diese Götter zu kämpfen, aber es gab immer wieder Probleme. Es ist sogar so weit gegangen, dass man Raketen auf die Götter abgeschossen hat und genau die gleiche Menge Raketen kamen dann einfach auf den Ursprungsort zurück. Tokinaga, wie der Forscher sich nennt, ist nicht nur ein Wissenschaftler, sondern in Wirklichkeit eigentlich ein Tierarzt, der auch natürlich die Götter untersucht. Und er hat natürlich etwas dagegen, dass Waka dort am Zaun steht und versucht hineinzuschauen, um eben einen Gott zu erblicken und versucht sie halt direkt wieder weg zu zehren und setzt ihr eine Maske auf. Denn nur mit so einer Spezialmaske kann man einen Gott sehen, weil anderweitig ist das auch gar nicht möglich, außer mit eigenen Augen. Denn man kann keine Lichtbilder oder Aufnahmen dieser Götter machen, weshalb natürlich auch die Schönheit dieser Götter rein aus den Gerüchten entstehen von denjenigen, die angeblich einen Gott gesehen haben und das Ganze überlebt haben. Das Mädchen trägt den Namen Waka und sie beteuert eigentlich versucht zu haben, einen Gott zu sehen, geschweige denn in die Gefahrenzone einzudringen, sondern sie sei auf der Suche nach ihrer Freundin. Was ein klein wenig unglaubwürdiger ist, denn wir befinden uns hier in einem verfallenen Tokio und abgesehen von den Forscher gibt es da nur noch Hilfsbedürftige, die nicht alleine fliehen konnten, beziehungsweise Obdachlose, die sowieso kein Zuhause mehr haben. Da taucht dann ein weiteres Mädchen auf namens Usuki und sie behauptet auf einmal die Freundin von Waka zu sein und geht erst einmal mit ihr weg. Usuki weiß natürlich, was Waka vorgehabt hat, sie wollte unbedingt einen Gott sehen und Usuki möchte ihr diesen Gott vorstellen, denn Usuki hat einen Gott gesehen und wurde zum Anhänger dieses Gottes, wodurch sie auch einen gewissen Teil der Kraft des Gottes bekommen hat. Und sie versucht jetzt, Waka ebenfalls zu einer Anhängerin dieses Gottes zu machen und dabei soll sie eine Prüfung bestehen, sie soll nämlich den Forscher Takinaga töten. Und dabei finden wir auch heraus, welche Kräfte Usuki von dem Gott bekommen hat, sie kann sich in etwas verwandeln, aber da Waka hier nicht vor hat, sich einem Gott anzuschließen, allerdings trotzdem Tokinaga belogen hat, weil tatsächlich möchte sie einen Gott treffen, aber um diesen Gott zu töten. Denn sie war tatsächlich auf der Suche nach ihrer Freundin, die eben in dieser Grenzzone ihr Leben gelassen hat, denn sie hat den Freitod gewählt und ist einem Gott begegnet. Daher versucht Waka auch Usuki auszuspielen und statt Tokinaga sie zu töten oder beziehungsweise sie zu foltern, damit sie ihr den Aufenthaltsort des Gottes verrät. Aber wie ich ja schon erwähnt habe, Usuki hat einen Teil der Kraft des Gottes bekommen, kann sich verwandeln und demnach sind jetzt erst einmal Waka und Tokinaga im Hintertreffen und Waka wird bei dieser Begegnung sogar erst einmal getötet. Oder kann man Waka überhaupt töten? Denn auch Waka kann sich verwandeln und wir bemerken, dass sie die Augen eines Gottes hat, die Kraft eines Gottes hat. Und warum das so ist, naja, mehr möchte ich euch über diesen Manga nicht verraten, aber ich kann euch schon mal so viel verraten, dass es im ersten Band noch nicht aufgelöst wird, warum sie diese Kräfte hat. Aber diese Kräfte werden untersucht werden und natürlich sind viele Leute misstrauisch, der jungen Waka hingegen. Einige wollen aus ihr eine Waffe machen gegen die Götter, andere wollen sie halt eher untersuchen und herausfinden, wie die Götter funktionieren und wie sie die Kräfte bekommen konnte eines Gottes. Also es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vor allem halt die ganze Thematik mit den Göttern, denn viele glauben nicht, dass dies Götter sind, sondern andere Lebensformen, Lebensarten. Deswegen werden sie auch IPO genannt von vielen, damit sie nicht mit Religionen in Verbindung gebracht werden können. Der Manga kann nicht nur mit einer spannenden Geschichte überzeugen, sondern auch mit sehr starken und interessanten Charakteren. Es gibt auch ein wenig Action, denn es wird hier auch mit den Kräften der Göttern gekämpft. Es gibt künstliche Menschen, die ebenfalls Kräfte bekommen haben, um gegen Götter zu kämpfen. Und es ist natürlich auch eine Portion Humor dabei. Weshalb ich mich persönlich freue, dass bald auch schon Band 2 von After God erscheint, den ich mir natürlich sofort holen werde, sobald dies möglich ist. Denn ich möchte wissen, wie die Geschichte um Waka weitergehen wird. Darüber hinaus ist der Manga auch richtig schön gezeichnet. Man merkt direkt, wenn man die Zeichnungen ansieht, dass Sumi Eno hier viel Liebe ins Detail gesteckt hat. Und auch das ist ein großer Pluspunkt bei After God, denn mit so schönen Zeichnungen macht es natürlich Spaß, diesen hochwertigen Manga zu lesen. Auch das Cover gefällt mir sehr, sehr gut mit dem silbernen Hintergrund, aber auch den schönen blauen und schwarzen Akzentfarben. Natürlich wird es ab Band 2 eine andere Hauptfarbe geben, nämlich Rot. Und es werden noch weitere Farben folgen. Aber die Kombination mit Schwarz und Silber wird immer beibehalten, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Und das sieht dann auch natürlich in einem Sammlerregal absolut edel aus. Wenn du Interesse hast an After God, hast du natürlich die Frage, mit welchen Manga kann man diesen Manga vergleichen. Natürlich ist es immer schwer, einen Manga 1 zu 1 mit einem anderen Manga zu vergleichen. Aber wenn dir Manga gefallen haben, wie Heavenly Delusion, Hell's Paradise oder Kaiju No. 8, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dir auch After God sehr gut gefallen wird. Noch nicht ganz überzeugt? Dann wirf doch mal einen Blick auf die Informationsseite von Ultraverse. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Jetzt kannst du mir natürlich gerne dein Feedback zu After God geben. Hast du vielleicht den Manga inzwischen selbst gelesen? Hast du mal reingeschnuppert? Ich bin schon ganz gespannt auf dein Feedback. Und wenn dir meine Review gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal für mehr Manga-Reviews und natürlich viel mehr Anime und Manga-Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir für dein Einschalten und Zuhören. Bleib gesund, bleib am Leben. Bleib bitte auch After God gewogen. Gib diesem Manga eine Chance. Und es wäre natürlich auch schön, wenn du mir gewogen bleiben würdest. Ade!